Wie funktioniert Wir-Wirte-Wandern? Das ist ganz einfach. Du suchst dir einfach einen von uns sieben Wirt vom Folter aus oder nimmst die Homepage oder bei mir kannst du es auch übers Handy, übers Internet buchen. Pro Rucksack bereiten wir zwei Speisen, zwei Getränke und zwei hausgemachte Mehlspeisen zu. Übrigens gibt es auch bei jedem Wirt eine vegetarische Variante. Du rührst uns einfach zwei Stunden vorher an und dann kannst du den Rucksack zwischen 10 und 14 Uhr bei uns abholen und dann kannst du schon losgehen. Bei jedem Wirt haben wir einen eigenen Wandaufrauschlag und eine wirwerte Wand am Platz. Und das ist unser. Damit wir gemeinsam wenig Müll produzieren, haben wir in dem Rucksack ein Mehrweggeschirr. Bitte packt uns das benutzte Geschirr in den vorbereiteten Plastiksack und bringt uns den ganzen Rucksack dann wieder zurück. Der Folter ist gleichzeitig dein Sammelpass. Bring ihn mit und wir stempeln ihn gerne für dich ab. Ja, zum Abschluss kann ich einfach nur sagen, wir Wirte freuen uns auf euch.